Möchte ich mich schon mal ganz herzlich bedanken, bei allen Kindern, die heute da waren, auch so toll mitgemacht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat richtig Spaß gemacht heute bei euch hier in Warnemünde. Berniger Hofer, hab gerade von Warnemünde erzählt, von Küker, ne? Asien-Werniger-Rode. Hat's euch auch Spaß gemacht? Okay. Ein herzliches Dankeschön natürlich auch an alle Erwachsenen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß und Freude mit dem Familienprogramm von mit Volker Rosin hatten. Und ich darf darauf hinweisen, wer noch Interesse hat, an CDs, Liederbücher, DVDs oder unsere Super-T-Shirts, hier direkt neben der Bühne, da steht meine V-Simonie und da haben natürlich alle Tonträger CDs, DVDs mit. Und super Angebot auch. Wir haben hier die neue, aktuelle CD und DVD, Tanz mit Bier. Und die gibt's heute zum Superpreis für 20 Euro für CD und DVD zusammen. Also, guckt einfach mal nach und da komme ich natürlich gleich auch hin, signiere natürlich zu uns, gibt noch Autogramme und, und, und. Du hast schon ein T-Shirt, ich schreibe ich gleich gerne drauf, wenn du magst, ne? Wie ist dein Name? Okay. Merke ich mir, dann gibt's gleich noch den Autogramm auf dein Tisch.